So Freunde, Willkommen zurück zu The Train. Ich bin ehrlich, mir ist beim letzten Mal kein Fehler unterlaufen. Und zwar hätte ich nicht so viel mit der Pistole rumschießen sollen. Aber kann man ja nie vorher wissen. Ich dachte auch, dass ich diese Gestalt hier in der Mitte töten könnte. Aber war ja dann doch nicht so. Bleib stehen! Und zwar geht das so. Weg! Weg! Ok, da komme ich nicht lang. Ich finde die Musik immer ziemlich krass in dem Spiel, muss ich mal sagen. Axt kann ich die auch nicht. Ja. Ein Mädchen? Wie jetzt? Hey! Wow! Wow! Die hat jetzt dafür gesorgt, dass wir uns selbst erschossen haben. Krasser Scheiß! Wow! Ok, ich bin wieder an dem Scheiß Zug. Ja, das ist ja krass. Hier, das Weg. Ich bin wieder an der Schraub. Ich bin wieder an der Schraub. Oh, das ist ja krass. Oh, das ist ja krass. Oh, das ist ja krass. So, Bruder, zum Kupfer in die Zunge und weg. Und weg von hier. Ich werde dich lange warten. Zum Kupfer in die Zunge. Oh, das ist ja krass. Oh, das ist ja krass. Okay. Warte mal, ist das Zettel? Kann ich da was lesen? Every second, every brief. This is another chance. Das ist ja krass. Oh, okay, cool. Nein. So, Tasche Hammer. Aufschwitz. Oh! Alter! Krass, Mann, habe ich mich erschrocken. Hä? Habe ich jetzt... Hä? Sag doch mal vorher was. Hey! Nee! Hey, du willst mich doch verarschen, oder? Hä? Ich kapier das grad nicht. Hey! Hey! Nein! Alter! Wie soll denn das gehen? Jetzt kommt jedes Mal diese scheiß Strasser raus, oder was? Ach, und der ist weg, oder wie? Hey! 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 Ich find's ja schön, wie ihr die Tür durch den Schrank aufbekommt. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt grad irgendwie im Back ist, oder so. Aber... Ich kapier das grad nicht. Hm. Hab ich ja irgendwas übersehen? Das ist ja ein Buch. Schöne Musik. Auf jeden Fall ist der Kollege weg. Und nur noch... Oh! Oh, der lebt aber noch! Oh, der lebt aber noch! Für die Beziehung mit der Beziehung mit der Beziehung, klick die Klavische 3. Užna Spore. Aljubowska, 27. Okay. Also wir haben jetzt den Krankenwagen gerufen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht weiterhilft. Kann ich jetzt hier nochmal irgendwie mit dem reden, oder so? Ne. Kann ich jetzt hier raus? Ey! Nicht, ey! Ey, das gibt's doch nicht! Was ist denn das? Ich kapier das grad nicht. Ey! 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 Ich hab ja nicht mal ne Waffe, oder so. Also... Hä? Ey! 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 Worte ja ich mache mal einen kleinen Cut hm Ah, wir haben es oh mein Gott ich dachte schon, dass es wirklich noch anpacken oder sowas oh ho nein stopp, nicht mehr los ich bin mindestens 15 mal gestorben oder so und ich hatte echt Angst, dass es jetzt ein Spielpark ist aber nochmal neu gewonnen jetzt geht es und wir sind wieder um zu glaube ich hey 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 Ich hätte schlaufen müssen. Samo, Samo! ich war jetzt schon an dem Scheißende und trotzdem Alter das ist sooo sausswert Ich komm da nicht durch Mensch Da hol ich mich da und da Ok Freunde wir haben es geschafft Hat zwar ein bisschen gedauert aber ich bin einfach durchgerannt So wir befinden uns anscheinend im Bekämpnis Haben sie uns doch kranklich korrekt Da ist die Kontrolle wieder Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Safe Ok Ich hab ein bisschen Schiss Einfach durchgegangen Einfach durchgegangen Oh f*** Das war doch Strasse Oh Ok Krass Sind wir alleine? Wir sind alleine Oh wieder die schöne Musik Oh das ist echt cool macht das Spiel muss ich mal sagen SRS Pack Ein Friedhof Wer liegt hier? 1971 bis 2009 2009 Frau Standen wir vielleicht doch unter Alkoeinfluss Hatten eine schwere Vergangenheit Beziehungsweise haben das als Ausblick gesehen Diese Raubüberfälle Und das sind unsere Opfer Ich feiere die Musik die ist so geil Da liegt ein Zettel Sag mal Scheiß Vogel Das ist unsere Frau Ist das unsere Frau? Oh Ok krass Die Wand ist ein bisschen verpixelt Das wird er Was von mir das Ist das auch Ok Ok Ah Ey, zu! Oder? Oh, hey! Oh! Ist ein Taxi gefahren? Ey, Fahrerflucht! Ah, okay, wir haben die Kette gehabt. Oh! Oh! Oh, scheiße! Das ist gar nicht genau, ich glaube, er hat sich zu überlegen. Oh! Ah, krass! Was sind wir jetzt schon? What the fuck? Ist das verrückt! Was ist hier los? Ey, was macht der? Ist das nicht ich? Das macht der gerade von alleine hier. Alter, ist das verrückt! What? Oh, ist das krass gemacht! Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas machen muss, oder? Oh, der Stuhl, der verschiebt sich immer mehr. Oh! Oh! Kann ich hier irgendwas an der Tür machen? Nein! Oh, doch! Da kommt eine Tür! Okay! Hallo! Oh! 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 Alter, seid ihr verrückt! Oh, mein Gott! Oh, mein Herz! Alter! Oh, scheiße! Das ist misschwindlich! Oh, huuu! Fuck! Ey, ey, Wasser! Oh, das ist krass! Ist der Zug entgleist und in einem Kniss gelandet? Auf jeden Fall sind wir einiges langsamer. Ja, ich kann auch zurück, okay. Was ist das da draus? Oh, das Wasser wird immer tiefer. Ich glaube, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Aber wir gehen weiter rein. Oh, ist das gut? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Alter! Was ist mit dem Boden passiert? Was ist mit dem Boden passiert? Das wird gut sein! Wow! Okay, Wasser kommt hier ruf. Ich muss jetzt schauen, wo das Nerven fließt. Ich glaube, wir haben es. Ich laufe gerade ausgedärkt. Ich wollte ein bisschen schwenken bei den Zwirbeln. Das ist echt verrückt. Oh! 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 Was ist denn? Äh... Hä? Was ist das denn? Oh! Was ist dort das? Irgendwie ist das Spiel richtig krass vorwürkt. Ich... ...Blick da nicht durch. Oh, da ist gerade jemand reingesprungen, oder? Das sah zumindest so aus. Nicht loslassen. So viel dazu. Nein! Tot. Game over. Wow. Oh cool, was sind wir denn? Oh nein, oder? Jetzt mach nicht das, was ich gerade denke. Oh, wir sind alt. Aber mach bitte trotzdem nicht das, was ich denke. Dann kommt ein Zug, und er guckt sehr tief auf die Gleise. Es regnet. Keine Menschen sehen auch nicht raus. Ja, kommt jetzt. Zu zweit. Ja. Krass. Oh, was ist denn jetzt los? Krass. Oh, wo ist denn jetzt los? Krass. Und ich muss sagen, auch wenn ich storymäßig jetzt nicht so wirklich durchgeblickt habe, ich fand's echt cool. Es waren ein paar Krusefaktoren drinne. Es hat echt Spaß gemacht. Und ja. Autor. Noskov Sergej. Okay. Text. Ja, tut mir leid, dass ich euch nicht so die kleinen Details, welche Russisch waren, übersetzen konnte. Aber, naja. Man kann halt nicht alles wissen. Auf jeden Fall bedanke ich mich dafür, dass ihr zugeguckt habt. Und ja, würde sagen, dass wir uns dann im nächsten Horror-Let's Play wiedersehen. Und ja. Mal schauen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Wünsche, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Und dann könnte ich das natürlich halt auch mal ausprobieren. Vielleicht sogar durchspielen. Mal schauen. Kommt drauf an. Aber bis dahin würde ich sagen, haut rein. Und wir sehen uns.